Wie man nach der Zeit eines Treffens fragt Wann können wir uns treffen? Wann können wir uns treffen? Könnten wir uns um sechs treffen? Könnten wir uns um sechs treffen? Um drei kann ich nicht. Könnten wir uns stattdessen um fünf treffen? Um drei kann ich nicht. Könnten wir uns stattdessen um fünf treffen?